Was hast du da eigentlich schon übergekauft? Ja, es war wieder irgendwie, keine Ahnung, ich komme mir klein mal zeigen. Momentan lassen sich keine Autos verkaufen. Wir werden momentan keine Autos kaufen, das machen wir mal Sonderpreise. Heute verkaufen wir Autos Sonderpreise hier. Ich habe da eine ganz wundervolle Idee, Nagelstudio einmal komplett neu. Kettelbeck, wir werden ein Kettelbeck haben, weg das Scheißdring, so wie das steht, so wie das steht, alles, alles gut, kommt. Ja, schöne C-Klasse haben wir hier, wie gesagt, noch, wenn er den haben will, habe ich auch in dem Vorvideo, wie gesagt, wenn er haben will, so wie er ist. So, die Kamera ist an. Kamera an. So, filmst du mich? Film dich, ja. Dom hat gerade gesagt, ich soll mich ausziehen. Ja, das ist meine Jacke aus. Ja, nein. Es ist zu dunkel hier, oder geht es? Zu dunkel. Danke, Warte, dann gehen wir hier. Gehen wir hier, wo es richtig helle ist, bei dem schönen Wetter heute. Warte, hier sieht es auch, guck mal bei uns. Ja, das ist noch, die müssen wir noch wegschicken, hast du gesagt. Ach ja, stimmt, das sind ja die Muster. Ich zeig das jetzt noch gar nicht. Stell dich am besten dahin, damit das Licht mehr auf mein wundervolles Gesicht fällt und das ist dann schön. Dann fehlt der hier auf der Kamera, das hält die gerade noch so aus. Einen ganz, ganz wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen im Nagelstudio. Ich hoffe, ihr hattet ein ganz, ganz tolles Osterfest. Hab viele dicke, bunte Eier gefunden. Und ja, Action, ne? Wir sind jetzt hier, lange Wochenende hat uns auch ein bisschen, äh... Geschlaucht. Geschlaucht, ne? Und ich will mit euch in die Werkstatt gehen und ich hab da eine ganz, 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 ganz wundervolle Idee zum Nagelstudio. Nagelstudio einmal komplett neu. An dieser Idee lasse ich euch jetzt teilhaben und ihr könnt es natürlich wie immer auch mit... ...mit verfolgen. Wolltest du ein bisschen Parfüm von da oben nehmen? Vielleicht hieß es ja noch gut. Ey, was ist das? Warum steht... Warum steht sowas bei uns rum? Oder hier so ein Multiventil, weißt du? Aber ein altes Multiventil. Es liegt einfach rum. Das sind nur für die Sachen von uns. Ah, hier, diese Wasserwaage ist geil, ne? Rote Sofa-Videos. Kennst du die? Diese Wasserwaage? Die ist sowas von dermaßen mega, genau. Die haben wir mal gekauft, um den Billardtisch auszurichten, ne? Hat aber auch irgendwie nicht geklappt, ne? Komm, leg mal drauf. Obwohl... Obwohl... Man sieht's nicht. Das ist so eine ganz extrem mega, mega genaue Mikro-genaue Wasserwagen. G-Bag. Ne, das ist nicht was. 6... Alter, 6-Pack steht da drauf. Ja, wer hast du denn? Soll ich mir das jetzt hier vor der Kamera auf mein 6-Pack... ...spüle ich mal ein mit dem Ding? ...6-Pack spülen? Nein. Ich will mal gucken. Ich weiß nicht, riech mal... Irgendwie ist das irgendwie gar nicht so ungeil. Irgendwie ist das gar nicht. Warum sind das hier eigentlich rum? Ich hab keinen... Ich probier das mal aus und dann... Soll mir in einer halben Stunde mal riechen, ob das kann. So, jetzt gehen wir aber runter. Kommt mit. Wir sind zuerst in die Werkstatt, oder? Klar, sie, Markus? Ja. Hast du schon den Rüst geholt? Ja. Nee. Nee, die riech ich aber noch. Ja, mein Lieben, wir haben, ähm, ja genau, wie gesagt, nach Ostern. Und hier zeigt ihr euch jetzt allererstes, weil wir hier... Ja, das macht... Das macht... Ich hab immer so nützlich aus. Hier, das ist mein Radio. Ach ja, stimmt. Du hörst doch nicht bescheitern, wenn du mit der Kamera runterkommst. Nee, warum auch? Vor allem, weil der Werkstattwagen so ganz sexy aussieht. Das ist so. So. M Nummer 13, ne? Kennen wir in und auswendig die Dinger. Schöner S 500 Mop. Ich hatte den auch mal, ne? Ja, klar. Als 320er hatte ich das. Das war meine S 430er. Ach, als 430er war es genau. Ja, ja, den haben wir da hinten irgendwo aus dem Ruhrgebiet irgendwo ganz hinten geholt. Aus Bayern. Ach, Bayern. Ich bin aus dem tiefsten Bayern. Kulmbach. Nee, Kulmbach. Der hatte überall Rostflecken und was nicht alles. Aber da war so ein Auto noch nicht... Wann waren das? 2010, hab ich mir schon eine Blitzer vorgekriegt. 9 oder 10. 2009 oder... War das da? Das war das. Genau. Da hatten sie uns geblitzt gehabt. Ich bin vorweg gefahren mit der S-Klasse und Richie mit meinem 430er 210er Kombi hinterher. Und das war richtig, richtig viel zu schnell. 100 war und wir... Ich bin 107 und... 160? Und du, glaube ich, irgendwie 100... 167. 167. Genau. Und dann haben wir das Foto gekriegt. Und Gott sei Dank hat die Sonne so gestanden, dass die Scheibe komplett weiß war. Komplett weiß. Ich guck mal, ob ich das Bild noch finde. Das habe ich irgendwo auf Facebook noch. Dann blende ich es jetzt hier genau mal ein. Da haben wir schweigen gehabt, ne? Ja. Vor allem wussten wir noch nicht, wer gefahren ist, weil... Waren ja vier Leute im Auto? Mussten sie einstellen. Ne, ja, genau. Ich hatte mich mit Richie abgewechselt. Keiner weiß, wer wann wo gefahren ist und meine Scheibe war weiß und deine Scheibe war auch weiß, ne? Aber deine Foto habe ich doch nicht, wenn du noch meins. Da habe ich echt Glück gehabt, ne? Warum schweifen wir jetzt eigentlich so ab? Ach, wegen der Farbe von dem Auto, dieses Babyblau, ne? Ja, Richie macht mal wieder einen M113, ne? Guckt es euch an. Eingasung hat er schon drin. Ist wieder richtig, richtig super. Porn höchst. So, dass der Luftfilterkasten wieder in die Originalposition rein drauf passt, ne? Also alles Original. OEM, GM Service Nadel, wie ihr es kennt. Und ich kann es auch schon wieder nicht mehr sehen. Was ist mit der scheißen Augenwelle? Kommt nicht am Land. Seit zwei Monaten warten wir da drauf. Da bestellst du bei so einem bescheuerten Onlineshop drei bis zwölf Tagen. Und wir warten seit zwei Monaten drauf. So. Aber es hat ja auch kein anderer. Ist doch. Ne, ist ja die Scheiße. Oder direkt irgendwo in den USA bestellen oder so. Ich weiß es auch nicht, ne? Ne, die können wir aus den USA. Ja, unser Cadillac ist auch immer noch. Momentan lassen sich keine Autos verkaufen. Ne. Wir werden momentan keine Autos verkaufen. Das machen wir Sonderpreise. Pass auf. Heute verkaufen wir Autos Sonderpreise. Hier. Cadillac. Wir werden die Cadillac haben. Das Scheißding. So wie er da steht. So wie er da steht. Alles gut. Kommt 6,5. 6,5. Das ist ja wohl mein Schnäppchen, oder? Hab ich jetzt noch rausgeschaut. Steht dazu. Wer die Cadillac haben möchte. S.A.X. 8 Zylinder. Alles. Alles schön. Ihr habt es vor dem Video gesehen. 6,5. Weg mit dem Scheiß. Wir haben zu viele Autos stehen. Riecht nichts. Die Zinsen sind hochgegangen und keiner kauft momentan mehr Autos. Egal. Wir brauchen das Geld ja nicht unbedingt. Aber wir haben keinen Platz. Und wir wollen natürlich auch, dass die Autos in gute Hände kommen. Und es muss auch weiter gehen. Das Rad muss sich ja weiter drehen. Aber momentan, so kurz nach Corona, haben sich alle doof und dusselig gekauft. Und Geld war im Überfluss da. Die Banken, die haben die Zinsen rausgeschmissen mit, keine Ahnung, 0,5 Prozent. Und jetzt gehen die Zinsen hoch. Kaufkraft lässt nach und fertig. Tangiert mich jetzt eher weniger, weil ich ja nicht unbedingt auf das Geld angewiesen bin. Aber das Rad muss sich weiter drehen. Und wir haben keinen Platz. Und wir haben die Autos fertig gemacht. Und wir haben da drin viel investiert. Und wenn die stehen, werden sie auch nicht besser. Ich habe stehen den schönen Opel Rekord. 123er. Und den 123er. Den Cadillac. Da unten die schöne C-Klasse. Da gehen wir auch gleich nochmal raus. Die C-Klasse setze ich auch. Da habe ich für 6,5 drin. Kommt 5,5 weg. Ja. Schöne C-Klasse. 5,5. Ich mache den auf den Schlag jetzt 1000 Euro billiger. Wenn ich den haben will. Guckt mal ins Vorvideo. Da ist der drin. Ja. Unser ganz ganz wundervoller ein Paller. Ja. Bevor wir die Lackarbeiten machen. Da sind so ein paar Kleinigkeiten an Lackarbeiten dran. Poliert unser Nico den erstmal nochmal auf. Um auch nochmal zu gucken, ob wir da nochmal irgendwelche andere Sachen finden. Sachen finden. Ganz genau. Weil wir das Auto wirklich ganz ganz exzellent haben. Und das ist ein super selten. Gar nicht mal so selten. Aber super begehrt. Eigentlich das begehrteste Maselkal überhaupt. Sag ich ja. Halt eine 63, 64. Das ist ein 63er Impala. Und den wollen wir auch richtig schön machen. Das Auto geht wohl irgendwie. Wenn er jetzt fertig ist. Auf Deutsch getüft. Wie alles schön gemacht haben. Und so. Geht ja wohl so denke ich mal so um. Um 35, 38 geht er dann wohl raus. Aber wirklich wie geleckt. Innen schön. Technik schön. Lack schön. Alles schön. Auch schön Deutsch. Und schön Haarkennzeichen. Und alles. Alles wie immer im Nagelstudio. Schön. Ne? Ja. Hasi. Deine Haare sind auch wieder schön. Immerhin. So. Mach es so drinnen gewusst. Ich war da auf Render. Was? Ich war da auf Render. 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 Ja. Können wir machen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der ist immer noch dran. Ach so. Das ist unser Nagelstudio. Richtig schönes großes Rollgerüst mit großen Rollen. Da können wir die ganze Fassade zeige ich euch. Ja. Schöne C-Klasse haben wir hier. Wie gesagt. Wenn ich den haben will. Ist wahrscheinlich abgeschlossen. Habe ich auch in dem Vorvideo. Wie gesagt. Wenn er haben will. So wie er ist. 5,5. Und mit Gashanlage sind. 2.500 Euro. Habe ich halt ein super Angebot gemacht. 3.000 Euro kostet die Umbustung für einen 200 Kompressor. Normalerweise. 2,500. Sind dann 5,5. 8, ne? 8.000 Euro. Wundervolles Auto. Ich habe es im Vorvideo gezeigt. Brauche ich nicht noch mal wiederholen. Ich denke ich mal kurz was. Klasse ein bisschen ab. Mit einer Nagel. Hinholen. Prinz VSI. 2.0 Gasanlage. 8.000 Euro. Ist ein Traum. Die müssen nicht. Die haben keinen Platz. Mein Auto steht schon da. Alles voll. Das klingt nicht. Das ist ein schöner Mustang auch. Den haben wir ja auch fertig. Ich habe für den Mustang noch, habe ich bei eBay Kleinanzeigen gebraucht, aber gute, fast neue Flowmaster Enttöpfer gekauft. Die müssen wir gleich, die kaufen müssen wir dann noch eben schnell abwickeln. Kommt noch Flowmaster runter. Und in dem Dach ist eine Firma, die mir schon öfter ins Auge gesprungen ist, die so Kabel lächer machen, günstig verkaufen, die auch neu beziehen und alles. Und ich habe mir gesagt, Jungs wollte dann ein bisschen mit, es lohnt sich ja immer alles nicht. Das ist das Problem, dass sich die Scheiße ja nicht lohnt. Dass wir jetzt ja auch schon wieder mehr Arbeit, Material, Zeit, alles, TÜV Abnahme, alles investiert haben. In allen Gründen. Und es ist ein bisschen schwierig. Ich wollte das Auto, was wollte ich haben? 16 oder so. Und ja, das haben wir auch reingesteckt. Das hat er auch schon fast gekostet. Da legen wir auch fast weit raus. Ist ja alles schön. Reifen sind neu, Bremsen sind neu, Neulack, technisch tipptopp. Wir hatten durchgewartet, neue Kerzen, neues Öl, Getriebeöl, alles neu drin. Aber das Dach ist scheiße. So, jetzt habe ich gesagt, das Dach kostet irgendwie 1200 Euro und drauf brauchen auch noch mal 700 Euro. Jetzt habe ich die Firma angeschrieben und gesagt, ihr habt da Bock. Wir machen ein Video. Ich kaufe das Dach von euch und mache die Montage gratis. Da haben sie gesagt, ja, können wir machen. Dann machen wir mal die Montage für das Video. Und wir das vorstellen. Und wollen wir ja auch ein bisschen was von haben. Ist ja kein Problem. Ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Und dass wir natürlich auch Klicks von euch kriegen. Ey Stufi, gerade sagst du mir, es soll weiter weggehen. So beim Film, jetzt kommst du mit dem Mann näher und ich bin gleich nass. Geh mal ein bisschen zurück. Du willst mich ganz, ne? Ja. Und ich möchte nicht nass werden. Ja, du musst mich ganz haben. Ja, und jetzt bin ich wieder aufs Konzept gekommen. Jetzt nicht dein Problem. Alter. Du warst mal den Dach. Da haben sie mir angeboten, ich soll das Dach kaufen. 1200 Euro. Und die Hälfte von den Montagekosten würden sie uns erlassen. Also statt 600 Euro, 300 Euro. Ist mir auch nicht so. Ja, ist gut, mach ich. Aber dann kommt ihr hierher. Weil die sind doch irgendwie 350 Kilometer weg. Sowas dauert zwei Tage. Jetzt fahren wir hin, zurück. Und dann nochmal hin, zurück. Ja, das ist natürlich auch... Ich sag, okay, machen wir. Schick den Monteur hierher. Wir können auch das Video besser machen, ne? Ne, wir haben keine Möglichkeit... Ach, wir sind immer alle so unflexibel, ne? Warum sind die Menschen heute alle so unflexibel? Ich versteh's nicht, ne? Ärgert mich. Ne, wir können keinen Monteur rausschicken. Da hab ich gesagt, okay, dann kommen wir, machen wir Video, dann erlassen wir uns aber die ganzen Montagekosten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Dach auch wieder das schöne, cremefarbene Dach hier mit der Glasscheibe und so, ob wir das kriegen, ob das funktioniert, ne? Also wie ihr seht, ich arbeite immer nur für euch. Damit ihr Preis-Leistungs-Verhältnis geilere, bessere Autos kriegt. Und ich kummel das ein, ne? Ja, 10 Klasse könnt ihr haben, Mustern könnt ihr haben, äh, SLK, ähm, war verkauft. War auch so ein Ding, mach ich nochmal ein extra Video drüber, ähm, hab ich rückabgewickelt wieder, und den bekommt Ute. Ja, Ute kriegt jetzt schön SLK. Wunderbar irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen, oder was hast du denn den Motorausländer genommen, ne? Neulgemacht, ich sag, alles tipptopp. Das Auto ist... Fick. Traumhaft. Hab ich mit Ute ein schönes Deal gemacht, kommt Gasanlage rein, alles. Und das wird Ute hier. Da kann ihr alter R-170 weg, verkauft sie dann irgendwie günstig, oder was sind der Ölten hier, und so ein paar Kleinigkeiten sind da dran, ähm, und das will sie nicht mehr investieren. Und sie möchte jetzt den Nachfolger haben. Sagt doch mal selber, schreibt's mal drunter auf Ute dieses Auto steht. Ist heute nicht da, ne? Ne, heute nicht. Ja. Okay. Siehst du auch schon draußen? Ach, deins? Ja, 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 genau, genau. Meine R-18 hab ich auch jetzt auch schon rausgeholt. Ja, mein Lieben, guck mal hier. Oh, jetzt kriegt der mich echt durch den Regen, ne? Ja, mein Lieben, guck mal, ich, ich, man sieht's nicht. Ich hab dieses Gebäude ja gekauft vor zehn Jahren. Und da haben Bomo und ich so vor zehn Jahren hier, und Ritchi und alle Konsorten, wir haben hier derbe, derbe gebastelt und gemacht, getan. Die Fenster, die waren alle durchgefault, haben wir neue Kunststofffenster reingemacht, die ganze Fassade schön gemacht. Und jetzt sieht's nach zehn Jahren schäppig aus, ne? Man wird so betriebsblind. Man sieht es einfach irgendwie nicht mehr. Und immer wenn ich dann hier so tanke gucke, oh, irgendwie sieht die Fassade schon wieder richtig scheiße aus. Naja, ich hab ja auch, wir haben ja auch nur irgendwie, keine Ahnung, Zellplatten da oben. Komm, lass uns mal ganz kurz ablechnen, dann sind wir gleich komplett nass und krank. Ja, okay. Aber ich wollte es doch zeigen. Dann zeigen wir es. Warte mal, wir trinken jetzt einen Kaffee schnell. Ja, aber dann hat es auch gehört zu Regen und da hinten wird es schon wieder hell. Da hinten wird es hell. Bis gleich. Warte mal, Ami, was hast du da eigentlich schon wieder gekauft? Das hier? Ja. Ja. Es war wieder irgendwie, keine Ahnung, eBay-Kleinerzeigen irgendwie so. Keine Ahnung. Ich hab's gesehen und ich muss das... Warte mal. eBay-Kleinerzeigen. Ja? Ja, warte mal. Ja, das hab ich auch mal gekauft. Das ist auch mal eBay-Kleinerzeigen. Das auch mal. Da kann man gemerkt. Irgendwie... Das muss weg. Ich kann's nicht mehr sehen. Dann sollte man das sonst wegnehmen. Aber ehrlich, das ist eine Fahrschule... Warte doch erst mal, warte mal. Machen wir doch gerade mal ein Video. Schneller rüber. Dreckig noch. Machen wir gleich sauber. Das ist ein Fahrschul-Modell über eine Druckluftbremse. Sag mal ehrlich, wenn... Wenn ihr das seht, hättet ihr das auch gekauft bei eBay? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist dann nur ich, der so doof ist, ne? Ich fand's cool. Und das passt hier auch irgendwo hin. Dann bestellen wir ein paar neue Reifen für. Weil ich glaube, die sind hier minimal, minimal porös, ne? Ich glaub die... Oh. Hoffentlich kriegen wir bestimmt hier irgendwie Modellbaureifen oder so. Dann machen wir schön neue Reifen drauf. Unser Markus macht das jetzt erstmal gleich schön sauber. Und dann hängen wir's mal an. Und dann hängen wir's mal an. Genau, das ist auch die Idee. Nagelstudio... Dann hängen wir's erstmal in unsere Messie-Ecke. In Nagelstudio kommt alles neu. Da kommt das Druckluft-Ding, Druckluftbremsen-Ding da hin und der kommt weg. Hier, wer möchte denn den Donald haben? Meldet sich einer, der soll mir... Was hab ich in der Firma bezahlt? Ich glaube, echt 350 Euro, hab ich dafür bezahlt. Wer's haben will, 350 Euro, ne? Kann aus dem Nagelstudio das schöne Donald Duck Auto haben. Krieg ich auch einen Aufgeber drauf, ne? Ja, ja. Man kann das hier von hinten steuern. Das war hier irgendwie... Warte mal... Was ist? Der kann kinken. Ja, hier. Guck mal, hier. Geil, ne? Hallo! Kann sich selber ins Maul, siehste? Ja. Der hat das so kann, ne? Das muss weg. Ich kann's hier nicht mehr sehen. Das ist auch nicht... Es ist auch nicht mehr schön für uns. Ja, man kann's abputzen, man kann's auch schön machen. Jetzt trinken wir erstmal Kaffee und zeigen wir, was wir draußen an der Fassade machen. Das Nagelstudio kommt ganz, ganz neu. So, du machst das schön sauber, das hängen wir da hin und... Schreibt mal runter, hättet ihr es auch gekauft? Das ist auch voll funktional, hier. Geht auch alles. Alles Hemel, hier an der Seite kann man die Bremse mit dir liegen und... Wir machen erstmal neue Reifen, dann gucken wir. Vielleicht kriegen wir auch Turf, ne? Wir tun's drauf, logisch. So, bis am Pinkeln? Hast du mir gerade auf den Pinkeln geguckt? Ja, ganz kurz. Zweiter Versuch, oder was? Zweiter Versuch! Oh, ja, guck mal, das andere kommt raus. Super! Ja, wo sind wir uns stehen geblieben? Fermacellplatten, ne? Ja. Ja, wir haben das ja, wie gesagt, ihr kennt mich ja, ich bin ja nicht der Typ für Kredite. Und ich habe für nichts, was ich irgendwie habe, besitzt Kredite aufgenommen. Und als ich das gekauft hatte hier, war es sehr, sehr knapp. Ja, da haben wir die Scheiben noch gekauft und was nicht alles. Dann musste das erstmal schnell, schön null. Da haben wir Fermacellplatten da oben reingeschraubt, ne? Das wussten wir eigentlich schon, dass es nichts für die Ewigkeit ist. Ja, und jetzt sind sie natürlich auch kurz vorm Auseinanderfall. Aber ich muss ehrlich sagen, du bist zehn Jahre gehalten. Zehn Jahre gehalten. Eigentlich gut, ne? Ja, mein Lieben, es kommt alles, was glatt ist, kommt in Rot. Und zwar dieses Rot, wie da unten der Strich ist. Also alles, komplett, kommt in Rot gestrichen. Und alles, was Fliese ist, alles, was jetzt hier so fies ist, machen wir Anthrazit. Und dann schreibt mal unten drunter, ob das cool ist oder ob das cool ist, ja. Und dann wirkt das alles, also wie so. Der unteren Sockel wieder weiß. Weiß? Der Sockel? Der untere. Ach, das drunter? Ja, das machen wir noch. Genau. Also der drunter weiß. Der bleibt Anthrazit. Komplett Anthrazit. Und da oben, das kommt alles in Rot. Alles, was weiß ist, wird rot. Genau. Das ist alles ein bisschen schöner. Und ja, dann müssen wir die Hose hier auch noch pflastern. Und fertig, ne? Ja. Ja, was gibt es sonst noch so zu sagen? Das habe ich gesagt. Ich habe SLK Ute. Mustang Dach, müssen wir gucken. Könnte auch so haben für 16. C-Klasse haben wir? C-Klasse, genau. 5,5, so wie er ist. 8 mit einer neuer Gasanlage. Wärmepunkten laufen gut. Solaranlage sind wir auch nicht. Wir brauchen nur so eine schöne Tormechanik, hier, um die Torrömatt zu bleiben, damit wir nicht am Samstag feiern packen. Ja, das war echt creepy. Da war wieder irgendwie... Am Samstag habe ich auf der Kamera gesehen. Das war die Torröm listed. Oh, das war jetzt. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Wir müssen jetzt gehen. Auf die Richtung. Das war jetzt. Wir müssen jetzt頂 Sew. Ich will jetzt jetzt durch. Oh, das war jetzt ein bisschen. Wir müssen jetzt hier weiter sehen. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr bei der Masen. Hallo, 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 bitteschön, hallo, hallo, was suchen sie denn? Ja, aber heute ist Feiertag, müssten sie morgen kommen, da können wir gerne sprechen. Ja, das ist doch klar, wenn wir nur vorher ein Bild von machen müssen. Ja, alles klar, okay, yo. Gestern ist hier einer hier rumgelaufen und hinten bei uns auf dem Schrottplatz, ich spreche dann mit dem auf der Kamera und dann so, ich sage, ja, was wollen sie denn? Ja, ich wollte mir einfach mal hier ein Bild machen, ich möchte hier gegebenenfalls mein Auto umrüsten, ich wollte mir mal ein Bild von euch machen, was soll das, dann kommst du doch nicht auf den Feiertag ernsthaft hierher, läufst hier hinten hoch auf dem Betriebsgelände rum, hinten läufst dann zwischen den Schrottautos rot, das war echt komisch, ja, wir müssen das Tor mal zumachen, hier müssen wir einen elektrischen Antrieb hin machen, damit hier nicht irgendwelche schaunustiges rumlaufen. Das sieht auch so fruchtbar aus, das ist eine Schrott-Ecke, ne? Ja, ansonsten, was haben wir denn jetzt sonst noch? Dein Berlingo, ne? Der Dom ist halt Berlingo, da hat er sich jetzt fertig gemacht und willst du wahrscheinlich selber fahren, ne? Dann fahre ich wahrscheinlich selber, ja. Oder verscheuert, eins von beiden. Ja, ansonsten haben wir ja Schleppi, müssen wir jetzt noch fertig machen, da oben steht unser Lincoln mit Anhänger, wenn wir was holen, aber momentan habe ich ja so viel. Da hinten steht noch ein BMW, den auch noch gekauft hat. Ja, den habe ich auch gekauft, der ist auch schön, das ist ein Umrüstfahrzeug, das ist ein GL 500, ne? Genau. GL 500 bekommt eine Zweitankanlage, ist auch eine interessante Geschichte, kommt diese Woche jetzt rein, ne? Nächste Woche. Für nächste Woche, aber eigentlich sollte noch ein Maserati kommen. Genau. Maserati V8, Ferrari Motor, auch eine interessante Geschichte, kriegt auch eine Printanlage rein. Aber der ist bis jetzt noch nicht da. Der ist bis jetzt noch nicht da und der Kunde, der wollte ihn erst kaufen und erstmal durchchecken lassen und Wartung machen lassen und dann, deswegen, also normalerweise sollte er heute kommen, aber wir wissen es nicht genau. Aber Hof ist hier schon ein bisschen leger geworden, ne? Ja. Können Sie halt wieder was kaufen, ne? Ja, unsere Bullis, genau. Schleppi steht da hinten, der BMW. Ja, den Rekord gehen wir mit dem anderen Rekord mit? Naja, ja. Wenn er den überhaupt haben will. Mal gucken. Das war's eigentlich schon, ne? Jetzt müssen die guten Autos weg. Da hinten unser, das ist nur noch ein interessantes Projekt, den werden wir auch noch vollständig restaurieren. Unseren schönen S10. 4,3 Liter Automatik, Klima. Da könnt ihr euch angucken, da kriegt eine Frame auf Restaurierung. Da kommt komplett alles runter, wird neu geschweißt, wird komplett neu lackiert. Da mache ich dann auch so eine Art, so ein YouTube-Ding davon, wo ihr euch die Farbe aussuchen könnt und was cool ist. Das machen wir zusammen, ne? Community und wir, wir machen das zusammen. Finde ich eine gute Geschichte. Ist ein super kleiner, handlicher Pickup mit richtig Leistung. 4,3, was hat der an Leistung? 160 PS? 160 PS. 170 PS oder sowas, ne? Automatik, Klima, ein geiles, geiles Teil. Weil es muss nicht immer Full-Size sein. Viele wollen kein Full-Size. Die kriegen das nicht in die Garage rein und ist zu unhandlich zum Einkaufen. So ein kleiner Pickup? Ja. Geile Sache, ne? Gibt's nicht. Gibt's nur im Nagelstudio. Ich glaube, in Deutschland wird nicht ein einziger verkauft, ne? Ja, dann bin ich eigentlich soweit durch mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und eine ganz, ganz entspannte erste Woche nach Ostern. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.